Herzlich Willkommen auf dem Gemeinschaftsstand der KPL bei der Winkler und Dünne BAG. Mein Name ist Achim Wabniewski, ich bin der Leiter Marketing, Vertrieb, Service der Winkler und Dünne BAG und kann Ihnen heute und möchte Ihnen heute das Konzept die vorstellen, die Digital-Überdruckmaschine für Briefumschläge. Hiermit wollen wir unsere Technologie- und Systemführerschaft und Strategie im Markt für bedruckte Briefumschläge und Digitaldruck dokumentieren. Und dieses neue Konzept gilt es innovativ zu vermarkten. Ja, guten Morgen meine Damen und Herren, auch ich darf Sie hier recht herzlich begrüßen. Ich möchte Ihnen ein paar technische Daten zu der Maschine übermitteln. Es handelt sich hierbei um ein Drucksystem, Digitaldruck, Inkjet-System, Drop-on-Demand. Wie schon gesagt, wir bedrucken Briefumschläge. Die Maschine kann einen sehr großen Formatbereich bedrucken. Das fängt an bei ganz kleinen Umschlägen, Format C7 und geht hinauf bis zu großen Versandtaschen im Format B4. Die Maschine zeichnet sich unter anderem durch eine große Auflösung auf. Die Maschine arbeitet Druckkopf mit einer Auflösung von 600 x 600 dpi und durch spezielle Jetta-Technologie, neuartige Jetta-Technologie, erreichen wir dadurch einen visuellen Eindruck, wie es sonst nur mit 1000 dpi erreichbar ist. Und nicht zuletzt möchte ich noch auf die Geschwindigkeit der Maschine zurückkommen. Die Maschine zeichnet sich durch eine sehr hohe Leistung aus. Je nach Formatgröße können wir bis zu einer maximalen Leistung von 30.000 Umschlägen pro Stunde bedrucken.